Avengers Infinity War war ein Event, auf das die Welt eine Dekade lang gewartet hat und es ist großartig. Während andere Filmuniversen schon bei ihren ersten Schritten scheitern, ist Marvel schon immer 10 Schritte voraus gewesen und hat es tatsächlich geschafft, eine Geschichte mit über 20 Protagonisten zu erzählen und hat etliche Rekorde gebrochen. Aber eine Konsequenz aus einer so überfüllten und schwer zu strukturierenden Handlung ist, dass, während manche Charaktere ihre Momente bekommen, andere dafür flachfallen. Und dann ist da noch Thor. Während andere Charaktere schlechter funktioniert haben, sollte er besser funktionieren. Der Film fängt mit ihm an, er hat einen ganzen Nebenplot, der mindestens 20 Minuten dauert und dieser führt in eine Schlüsselszene des Finales mit einem wirklich großartigen Moment. Ich wage jetzt zu behaupten, dass all das unnötig war und zerstört hat, was der großartige Thor Ragnarok zuvor geschafft hatte. Ragnarok, oder hierzulande brutalerweise Tag der Entscheidung, hat aus einem zweitklassigen Charakter, nämlich einen Menschen gemacht. In vergangenen Filmen und auch in diesem war Thors Hammer immer das Zeichen seiner Macht. Hulk konnte erst mit dem Hammer eben würdig sein und ihr habt es alle bemerkt, er kämpft immer mit dem Hammer. Mjölnir nimmt einen riesigen Teil in allen Thor-Geschichten ein. Ein Zeichen für Macht, für Würde, für alles, was Thor definiert. Also auch Asgard, das er immer als einen goldenen, umwerfenden Ort beschreibt. Er gibt mit beidem an. Beides macht ihn stark, zumindest denkt er das. Am Anfang von Thor Ragnarok werden wir einmal mehr Zeuge von dieser Stärke. Regisseur Taika Waititi war sogar so provokant und hat fast die ganze Anfangsszene die Kamera dem Hammer folgen lassen, nicht Thor. Und wenn, verlässt er sich nur auf den Hammer. Was Ragnarok aber so gut macht, und das klingt jetzt ganz simpel, er hat ihm alles genommen, von dem Thor dachte, was ihn definiert. Also ist der ganze Film der tiefste Punkt eines Charakters. An tiefsten Punkten lernen wir unsere Charaktere erst richtig kennen, durch Entscheidungen, die unter Druck getroffen werden und ihre wahre Natur offenbaren. Wer ist Iron Man ohne seine ganze Technik und wer ist Batman ohne all seine Gadgets und seinen Anzug? Sie fallen und sie stehen wieder auf und sie werden menschlicher als je zuvor. Wer ist Thor ohne seinen Hammer und ohne Asgard, wenn er alles verloren hat und niemand hinter ihm steht? Thors persönliche Reise in diesem Film wird fortgesetzt, die davor nur in seinem ersten Film stattgefunden hat und danach wieder vergessen wurde. Er lernt endlich, dass er nicht der Gott des Hammers, sondern der Gott des Donners ist. Er ist die Macht, nicht die Waffe. Diese Erkenntnis hat Autoren sechs Jahre gekostet und Thor endlich wieder gut gemacht. Ich denke, Ragnarok hat darum einen brillanten Zirkelschluss gezogen. Die erste Actionszene des Filmes zeigt Thor nur mit Hammer alles besiegen. Nach seiner Entwicklung spielt derselbe Song vom Anfang nochmal und die Situation wiederholt sich. Er ist mächtiger als je zuvor ohne Hammer. Thor wächst endlich über sich hinaus und wird weiser. Asgard ist kein goldener Palast oder eine schöne Brücke, sondern die Menschen und er als König muss nicht die Fassade wahren, sondern das Volk hinter ihr. Ragnarok gibt dem Charakter einen frischen Neuanfang und macht ihn zu einem interessanteren Charakter als je zuvor. Und dann kommt Infinity War und zerstört alles. Der Film startet wortwörtlich mit Thors ganzem Volk abgeschlachtet auf einem Haufen. Dazu gibt es später nichts mehr zu sagen. Aber mein Problem ist eigentlich sogar ein ganz anderes. Thors ganzer alleiniger Nebenplot besteht daraus, sich eine Waffe zu bauen, weil er alleine nicht mächtig genug ist. Dabei ist es vollkommen egal, ob die logische Erklärung eben ist, dass Thanos zu stark ist. Es ist einfach unmütend. Ich denke dramaturgisch gesehen wäre ein Thor, der ohne Waffe Thanos gegenübertreten könnte, erfrischender. Dann hätte man die Zeit des Nebenplots für anderes benutzen können, die Geschichte weiter vorantreiben und vielleicht in einem Film erzählen. Denn Infinity Wars großes Problem sind die Charaktere. Die einzigen, die in diesem Film ihre Entwicklung weiterleben, sind nicht mal eine Handvoll. All die anderen Charaktere haben keine Entwicklung mehr. Sie sind nur Spiegelbilder von Menschen, die wir früher kannten. Mit eigenen Geschichten, eigenen Sorgen, Wünschen, eigenen Ängsten und Dämonen. Das macht sie menschlich. Aber Infinity War ignoriert diesen Aspekt seiner Figuren fast komplett, um sich auf eine Handlung zu konzentrieren, die praktisch gesehen nur eine riesige Exposition eines Zweiteilers ist. Ich meine, 30 Minuten sehen wir, wie eine Waffe gebaut wird, die Thanos endlich töten kann. Während alle anderen scheitern und am Ende scheitert Thor auch. Ohne diesen Strang wären Verlauf und Ausgang des Filmes gleich. Wenn eine Szene nicht den Plot des Filmes vorantreibt, sollte sie geschnitten werden. Doch hier treibt ein ganzer Nebenplot den Hauptplot nicht voran. Es ist frustriert. Was Taika Waititi geschaffen hat, war ein Comic-Meisterwerk mit Fehlern. Zum Beispiel einem schwachen Antagonisten. Aber was ihn so gut gemacht hat, ist der Charakter dahinter. In einem Film lernen wir über diese Figur mehr als in sechs Jahren davor, wie gebrochen diese Person eigentlich ist und was sie eigentlich ausmacht. Es ist frustrierend, dass ein Film diesen Schritt wieder rückgängig macht. Meiner Meinung nach ist er ein Dorn in einem unfassbaren Comic-Event, bei dem ich mich fühlen konnte wie ein zehnjähriger Junge. Aber leider ignoriert er mit Thors Nebenplot das, was diesen Charakter gerade erst großartig gemacht hat. Und so zerfällt das alles einfach zu Staub.